Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal Ballista! In dem Spiel führen wir halt Mittelalter-Kämpfe mit coolen Rüstungen, Waffen und da vorne ist einer. Ab ihn! Ab ihn noch einmal! Auf wegzulaufen! Trau dich! Ich mach dich so fertig. Oh, da hinten, da oben ist jemand. Den schnapp ich mir. Den schuft. So, ich mach hier oben einen auf Sniper. Bam! Bam! Wollen wir die da rushen? Wir rushen die jetzt. Oh, das ist, oh, das ist deren Burg. Die kann ich nicht rushen. Okay. Ab ihn! Okay, wer ist der Nächste? Kommt dran, Leute! Man nennt mich nicht umsonst. Conny, den meisterhaften Schützen, glaube ich. Oh, ich hab nur begrenzt Pfeile. Oh, da muss ich wohl refillen. Ah! Ah, ich wurde abgestochen! Nein! Egal. Ich geh wieder zum Spawn. Nein, wir haben F verloren. Wir müssen F wieder einnehmen, Leute. Komm, wir gehen uns ins F wiederholen. Big F dafür. So, hier ist F. Und da ist ein Blauer. Bam! Ich hab ihn! Oh, ich hab einen Assist. Okay. Ich hab einen Assist. Ich treffe einfach niemanden. Die sind alle im Weg. Ich hab, glaube ich, nicht einen Kill bisher. Ich bin, glaube ich, der schlechteste Ballista-Spieler aller Zeiten. Bam! Muss ich auf den Kopf ziehen? Mach ich dann mehr Schaden? Ich glaube, ich mach mehr Schaden auf den Kopf, oder? Und wir gehen jetzt aber eh einnehmen. Bam! Ha, ha, ha! Weg ist er! Stirb bitte! Ich muss weg! Au! Er hat mich ins Knie getroffen. Na, oder? In die Hand. Ich hab eben gehofft, ich schaffe einen Kill. Aber vielleicht muss ich doch mal auf Fans gehen. Ich kann mich auch customisen. Ich hab coole Outfits, wie zum Beispiel diesen Helm. Den trage ich gerne. Ähm... Hier hab ich nichts anderes. Hier auch nicht. Ich geh einfach mit dem, was ich habe. Klick auf Go. Und wir müssen F schon wieder einnehmen. Ich dachte am Anfang, wir wären voll krass. Aber ich glaube, wir sind richtig schlecht. Weil guck mal da oben, wie viele Flaggen es gibt. Und wie wenig wir haben. Okay. Ich geh jetzt einfach rein ins Gespräch. Und der kriegt jetzt genau auf die Schnauze, kriegt er von mir. Bam! Oh, was hat der gemacht? Dude! Einfach... Oh, hallo? Oh, da ist noch jemand. Bam! Yeah! Bam! Jetzt kriegst du einen. Okay, oder auch nicht. Komm, jetzt holen wir uns die Flagge, aber... Wir holen uns den Sieg. Bam! Mein erster Kill, glaube ich. Bam! Noch ein Kill. Wird immer besser. Oh, der läuft weg. Wäre mir ziemlich peinlich, wenn ich so wie du immer weglaufen würde. Aber wo sind denn die Flaggen, die die immer einnehmen? Okay. Dich hole ich mir. Ist mir egal, ob du ein Chill trägst. Oh Gott! Bam! Ha! Last Stand for Blue Team. Genau. Ich weiß immer noch. Ich glaube, wir verlieren immer noch, oder? Bruder, wollen wir nicht mal ein bisschen ausruhen? Ich habe nur noch 10 HP. Kann man irgendwie hochhealen? Okay, wir gehen hier einfach rein. Oh, wir können hier nicht rein. Wo sind denn... Oben steht E, F, A, A... Hier, B, C, D, E, F. Aber wie nimmt man die Flaggen ein? Last Team kann nicht länger spawnen. Oder gibt es diese Flaggen wirklich nicht? Oh, ich glaube, ich bin neben Wasser gefangen. So, ich bin jetzt wieder draußen. Oh, oh. Oh, den hole ich mir von hinten. Der sieht mich gar nicht kommen. Ha! Okay, das war nice. Das war nice. Und ich habe jetzt wieder 60 HP. Oh, man kriegt Leben dazu, wenn man Leute tötet. Und jetzt kann ich D einnehmen. Ach so, man muss immer vorpreschen. Das macht Sinn. Oh, das ist so viel smarter als Battlefield. Weil hier muss man halt wirklich erst eine Flagge einnehmen. Und dann ist das so ein Linienkampf mit Zurückfallen und Vorpreschen. Richtig nice. Jetzt gehen wir C holen. Und hier ist C. Objective Capture. Und dann haben wir C bald auch eingenommen. Nice. Jetzt holen wir uns noch B. Hä, wo ist Team Blau? Traut sich Team Blau nicht mehr? Okay, da hinten ist A. Und das ist dann die blaue Base. Die rushen wir jetzt. Ach so, beide Teams können nicht mehr spawnen. Oh, wir haben alle Blauen getötet. Ich verstehe. Wir haben gewonnen, weil wir alle Blauen getötet haben. Aber wie haben wir es geschafft, dass alle getötet waren? Ich habe es leider nicht geschafft, in den besten Spielern zu sein. Aber es war keine erste Runde. Ich war ziemlich schlecht. Und? Ja, Level 2. Ich kriege eine Kiste. Bam, bam, bam. Öffne dich. Und? Ein Helm. Jetzt sehe ich aus wie ein Bösewicht. Yay. Vote for next map. Jetzt nehmen wir mal Winter Creek. Weil eben hatten wir schon Creek. Ah, die Leute wollen trotzdem die Map, auf der wir jetzt schon waren, wieder haben. Ich klicke auf Auto Assign. Mir ist mein Team ziemlich egal. Wir können ja mal die Fans hier spielen. Ich gehe auf Customize. Wir gönnen mir jetzt den Helm, den ich eben freigeschaltet habe. Alpha Bucket Helmet. Exclusive Item reserved for the Alpha Plays. Ach, das Spiel ist in der Alpha? Deswegen. Okay. Cool. Das Spiel ist aber schon ziemlich krass dafür, dass es gerade mal eine Alpha ist. Ich gehe mal auf Spawn. Und dann werden wir sehen. Ich kann jetzt blocken. Oh. Und mein Block hält viel länger dann. Verstehe. Und ich kann attacken. Oh, das ist nice. Ich glaube, die Klasse gefällt mir. Ich kann natürlich auch immer nur nach vorne blocken. Wir greifen D an, glaube ich. Ja, man fängt in der... Ah, okay. Das macht Sinn. Der Kampf fängt in der Mitte an. Und dann entscheidet sich, wer gewinnt. Okay. Ha. Ich habe einen Kill. Ich habe einen Kill. Ha. Oh Gott. Der macht mir Schaden. Der macht mir ordentlich Schaden. Da unten will jemand durchs Wasser durch. Arm. Ah, ich wurde ja am Stochen. Okay. Wenn man Defense ist, dann macht man natürlich nicht so viel Schaden, wie wenn man Offense macht. Aber ich habe Spaß daran. Ich spiele weiter Defense. Aber ich muss auch immer am Spawn spawnen, ne? Possible Draw in 111 Sekunden. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ah, wie hat er mich gekriegt? Ich dachte, ich habe geblockt. Nein. Wir schaffen das. Dann geht es zum Spawn. Ich habe irgendwie das Gefühl... Ach, da oben sieht man, wie viele Respawns wir haben. Ich verstehe. Je öfter ich sterbe, desto trauriger ist mein Team, weil es nicht respawnen kann. Und wir liegen momentan minimal vorne. Minimal. Ich muss mehr Kills machen für mein Team. Und für die Ehre. Abgesehen davon... Oh Gott. Wir müssen E verteidigen. Okay, E gehört uns gleich. Okay. Und jetzt wieder rüber zu D. Ah, ich habe das Gefühl, die Blauen kommen. Okay, der ist uns egal. Wir gehen jetzt direkt ins Getümmel rein. Für die Ehre! Okay, ich verstehe. Wenn ich mitten im Gefecht bin, kann ich nicht instant das Schild rausnehmen. Ich muss das schon ein bisschen gezielter machen. Okay, okay. Wir holen sie uns. Wir holen sie uns. Oh, der hat mein Schild weggeschlagen. Krass. Mein Schild... Ich kann mein Schild dann eine Weile lang nicht mehr benutzen. Okay, okay. Ich bin mitten in... Okay, ich war komplett umstellt. Aber ich habe es versucht. Ich habe es versucht. Ich habe mir Mühe gegeben. Ich spawne jetzt bei E. Oh, ich darf nicht mehr bei E spawnen. Oh nein, E ist umkämpft. Wir wurden zurückgestoßen. Es ist wieder unentschieden. Nein, was heißt unentschieden? Die haben richtig vorgeprescht gegen uns. Oh Gott. Wir müssen E verteidigen. Wir können das nicht zulassen. Die nehmen uns sonst unsere ganze Ehre. Ah, wie hat er mich weggeholt? Oh, der hat mich so richtig weggeklatscht. Aber wir kriegen E. Wir kriegen E. So, wir haben E. Aber ich muss so trotzdem beim Spawn spawnen. Wow, ist das Spiel cool. Oh oh. Oh oh. Den holen wir uns. Bam. Okay. Wir müssen immer als Team zusammenhalten, Leute. Sehr gut, sehr gut. Kommt als Team. Okay. Ich folge... Ich folge immer meinen Homies. Okay. Nice, nice, nice. Ah! Nein! Wie konnte er mich töten? Der ist so krass. Der Typ ist so krass. Okay, ich versuche es wieder. Wir müssen als Team zusammenhalten. Oh Gott, ich dachte, wir können den Easy holen. Aber der hat mich einfach weggeklatscht. Okay. Ich muss auf jeden Fall noch lernen, ein besserer Schwertkämpfer zu werden. Okay. Der hinten läuft weg. Aber ich will erst mal E verteidigen hier. Lass sie kommen. Lass sie kommen. Bam! Er ist gestorben. Okay, wir haben es. Wir haben es. Wir haben es. Wir haben sie. Wir haben sie. Wir haben sie. Das Spiel braucht noch ein paar mehr Soundeffekte für Sterben und so. Da oben ist jemand. Aber ich kann nichts machen dagegen, dass der auf uns snipet. Okay, okay. Ich muss zurück. Ich muss zurück. Und jetzt muss ich rein. Den hole ich mir. Hä? Er ist einfach verschwunden. Nein, ich sterbe jetzt. Ich bin tot. Ich bin tot. Und wir haben eh nicht mehr. Ich kann nicht mehr bei E spawnen. Oh nein. Oh Gott. Wir haben nicht mehr viele Respawns. Wir müssen unbedingt die gefährlichen Gegner töten. Wir müssen die Gegner ausschalten, die uns die ganze Zeit hier das Leben zur Hölle machen. Da hinten sind welche. Die wuseln da rum. Oh Gott. Die wollen uns flankieren. Die wollen von der Seite kommen. Hab ihn. Okay. Jetzt können sie nicht mehr respawnen. Aber wir können auch nicht mehr respawnen. Ich habe das Gefühl, dass mein Dash irgendwie keinen Schaden macht. Muss ich da noch irgendwas extra machen? Last Stand for both teams. Okay. Okay. Wenn ich jetzt sterbe, dann bin ich tot. Wenn ich jetzt sterbe, dann sterbe ich auch im echten Leben. Aber wenn sie sterben, sterben sie auch im echten Leben. Bam. Okay. Okay. Wir holen uns. Wir holen uns D. Das ist jetzt unser Comeback. Das ist unser Comeback, Leute. Wir holen uns erst D. Und dann holen wir uns den. Haha. Kommt ran, ihr Burschen. Ich muss vorne bei meinem Team bleiben. Damit die nicht alleine sind. Bam. Jetzt. Ja. Wir haben deren Spawn jetzt überrannt und kommen von hinten. Okay. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Jetzt müssen wir C holen. Wir haben jetzt sowas von C. Ich glaube, wir haben jetzt fast alle, oder? Da hinten ist noch einer. Was will er machen? Was will er machen? Er läuft weg. Er läuft weg. Die Ratte. Okay. Ich hol mir jetzt B. Ist mir egal, ob er wegläuft. Weil der Kampf wird bei B ausgefochten. Und sobald wir B haben, haben wir gewonnen. Wenn er sich nicht traut, wie ein Mann zu kämpfen, dann haben wir diese Schlacht. Wir Helden gewonnen. Ich weiß, dass du noch da draußen bist. Ich weiß, dass er noch da draußen ist, aber er traut sich nicht hierher. Also war's das. Wir haben gewonnen. Wir haben's geschafft, Jungs. Wir haben's geschafft. Sehr gut. Das sind unsere Helden. Sie haben uns gecarried. Ich bin so stolz, an eurer Seite gekämpft zu haben. Und bin ich Level 2 mit Verteidiger? Ja! Jetzt. Bam! 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 Und... Uh! Als ob! Wie sieht das denn aus? Das muss ich tragen. Komm, jetzt mal Winter Creek. Gibt's nur diese in beiden Maps? Ja, okay. Ist das in der Alpha? Version 1.4.1... Minus Alpha. Ich geh auf Auto Assign. Geh auf Customize. Und... Wo ist es? Hier. Uh! Sexy! Ich glaube, ich trage trotzdem diesen Alpha Bucket. Weil ich den mag. Ich könnte nochmal versuchen, Bogenschützer zu werden. Aber ich glaube, ich bin als Verteidiger besser für mein Team. Also sprinten wir jetzt direkt rüber zu denen und holen uns diese Burschen. Augenblick. Wir starten mit 93 Leben und die starten mit 87 Leben? Sind die schon so oft gestorben? Oder... Ah, nee! Einfach, mein Team ist noch nicht so viel reingespawnt, oder? Man startet wahrscheinlich mit 100. Und von denen gibt es schon mehr. Oh, oh. Ich hab da ne böse Vermutung. Oh, oh. Nein! Oh! Ich hab's versucht. Wie ein Held. Aber wir sind gestorben. Okay, wir müssen zusammenhalten. Das ist richtig wichtig, dass wir als Team zusammen kämpfen. Da unten laufen die Leute schon wieder. Wir müssen uns zusammenfinden. Okay, kommt, Leute. Kommt, Leute. Ich bleib bei dir. Ich bin dein Schild. Und du bist mein Pfeil und Bogen. Du verstehst, ne? Du... Du tötest die Gegner und ich halt sie zurück. Oh, wie hast du das gemacht? Hab ihn umgeklatscht. Hab ihn umgeklatscht. Bam! Carbonara! Oh Gott, er klatscht mich weg. Ich kann mein Schild nicht benutzen. Ich... Oh, ich konnte mein Schild nicht benutzen und habe jetzt einen Pfeil in den Rücken bekommen. Ah, okay. Ich kann nicht... Ich kann nicht dort spawnen. Ich muss dorthin. Leute, okay. Ich bleib bei dir. Du siehst krass aus. Du siehst aus wie ein Profi. Ich halte mich an dich. Jetzt... Stopp sie! Ah! Carbonara! Da kam eben das Uf-Geräusch. Das gefällt mir. Ah, ich blocke. Ich blocke. Und meine Mates machen dich weg. Ah, ich wurde... Mein Schild wurde weggehauen. Wie macht man so einen starken Schlag? Nein! Ah! Jetzt habe ich ihn. Oh Gott. Ich habe so knapp überlebt. Komm ran. Komm ran. Und... Ah! Nein, 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 nein. Wer snipet auf mich von hinten? Ah, das sind meine Homies. Okay. Ah! Sehe ich. Doch nicht. Komm, komm. Oh, jetzt haben wir ihn. Oh! Ich bin leider gestorben. Aber wir haben C fast eingenommen, please. Ich will jetzt nicht respawnen, weil... Nein, schaut euch an, wie viele da kommen. Unser Ziel ist jetzt D, aber ich kann jetzt nicht bei C spawnen oder wie. Schade. Okay. Oh Gott. Die Gegner sind in der Führung. Das ist so schlecht. Ich finde es nicht gut, dass die in der Führung sind. Bam! Bam! Es hat funktioniert. Okay, dieser Shield Bash kann richtig krass sein, wenn man ihn hittet. Okay, ich habe noch einen. Ich habe noch einen. Ah, es ist schwer. Es ist wirklich schwer. Aber wenn man das gezielt schafft, mit so einem Shield Death zu treffen, dann hat man den Gegner eigentlich. Das funktioniert zwar natürlich nur im One-on-One-Kampf, aber... Ah, ich wurde direkt weggemacht. Oh Gott. Die Gegner sind so krass. Und ich kann immer noch nicht bei C spawnen. Schade. Aber wir haben nur noch 29 respawns. 28. Leute. Wenn ich diese Schlacht nicht überleben sollte und ihr diese Schlacht nicht überleben solltet, dann könnt ihr meiner Frau nichts erzählen, weil niemand von uns mehr lebt. Bam! Okay. Okay. Habe ich ihn? Haben wir ihn? Wir haben ihn! Endlich! Oh Gott, der war so gut. Ich war so angespannt, Leute. Ich komme jetzt von hinten auf diese Brücke. Oh, vergiss die Brücke. Er hat den High Ground. Aber wir haben den Log... Ah! Er hat uns beide getötet, als ob... Wir versagen in diesem Kampf so hart. Wir versagen wirklich. Oh, oh, oh. Das ist mein letzter Respawn. Nochmal schaffe ich das, glaube ich nicht. Ich muss jetzt 35 Gegner töten, um das alles wieder gut zu machen. Darfst du mir das? Okay, okay, okay. In aller Ruhe. Fall zurück, wenn es sein muss. Und holt sie euch, wenn ihr könnt. Bam! Ja! Ah! Nein, er hat mich gekriegt! Na! Ah! Ah, nein. Oh Gott, ich habe den... Oh, oh, oh. Wir haben keine Spawns mehr. Das war mein letzter. Oh, oh. Ich glaube, wir haben hart verloren. Wir müssen jetzt kämpfen wie Männer. Wir schaffen das. Wir schaffen das, Jungs. Oh, der Typ ist so gut. Aua! Bitte töte mich nicht. Bitte töte mich nicht. Bitte töte mich nicht. Bitte nicht. Nicht. Ah, er hat mich getötet. Okay. Ich bin tot. Oh, ich kann jetzt backtaten. Wie cool. Okay. Hier rushen die unsere Burg online. Ja, das war eine große Niederlage für uns. Aber ich muss sagen, wo ist er? Der Typ war krass. Defeat. Wir haben verloren. GG. An diese Leute. Deren Bogenschützen haben scheinbar auch was Gutes gekämpft. Das habe ich gar nicht so mitbekommen. Vote for next map. Ich würde sagen, ich gehe jetzt noch einmal für, ja, ich will trotzdem Winter Creek, weil ich will endlich mal im Winter kämpfen. Aber ich gehe jetzt noch einmal auf den Bogenschützen, weil ich habe den am Anfang nicht so richtig spielen können. Deswegen den Bogenschützen, den will ich mir dann nochmal gönnen. Ich gehe auf Auto Assign, nehme den Bogenschützen und dann sage ich einfach mal go. Ich komme ein bisschen spät ins Match, aber ich gucke jetzt noch einmal. Ich habe so meinen Bogen. Oh, wenn ich einfach nur linke Maustaste mache, macht er diesen. Okay, das ist gut zu wissen. Das ist dann Action 1. Ich bleibe einfach mal so am Rand der Map immer und versuche von der Flanke aus immer auf die Gegner zu schießen. Ich brauche mehr Pfeile. Okay. Oh, er hat mich weggemacht. Okay, Bogenschützen muss ich wirklich noch lernen. Aber ich glaube, das könnte eine coole Klasse werden. Ich weiß halt immer noch nicht, wie viel Schaden ich hier mache als Bogenschütze. Wie viel Schaden machen meine Pfeile? Ich meine, ich habe 18 Pfeile. Ich muss ja wohl in der Lage sein, die Leute zu töten mit meinen Pfeilen, oder? Okay. Da hinten kämpfen sie. Ich komme um mein Team. Ich komme auch über die äußere Flanke. Dieses Match gewinnen wir, glaube ich. Dieses Mal haben wir die krassen Kämpfe. Arm. Okay, ich habe ihn einen Headshot gedrückt. Das macht 54 Schaden. Das heißt, ich müsste jemanden zwei Headshots drücken, um ihn zu töten. Das ist schon krass. Aber mit einem Gefecht kann das was werden. Ich muss weg. Ich muss weg. Ich muss weg. Ich muss weg. Please. Nein, ich bin betäubt. Wie? Wie konnte er mich betäuben? Ich bin noch ausgewichen. Oh Gott, ich lege da wie so ein Haufen. Okay. Ich gebe mein Bestes. Ich versuche es. Ich versuche ein nützlicher Bogenschütze zu werden. Ich drücke den Leuten Hits. Aber mit einem Gefecht schaffe ich es nicht zu gucken. Wie viel Schaden macht ein Pfeil, wenn ich nicht direkt den Kopf treffe? Das würde mich interessieren. Aber solange wir in Führung bleiben, ist alles gut. 30 Damage nur. 30 Damage nur? Oh, und der kann mich mit zwei Hits töten. Das ist doof. 30 Damage ist echt nicht viel. Ich meine, ich brauche dann ja vier bis fünf Hits auf jemanden, um ihn zu töten. Versuche das mal hinzukriegen. Vor allem, wenn er springt wie ein Wilder. Ich treffe einfach gar keinen Pfeil. Ich bin so schlecht. Okay, ich darf nicht einfach wie ein Wilder schießen. Ich habe nicht immer nur 18 Pfeile. Oh, ich habe ihn. Mein erster Kill als Bogenschütze. Oh Gott sei Dank. Bogenschütze ist echt schwer in diesem Spiel. Aber es ist die Alpha. Vielleicht wird das ja noch nachgebufft. Jetzt habe ich schon wieder 30 Damage gemacht. Ich hätte aber gerne mehr gemacht. Wo kriege ich neue Pfeile? Wo ist Refill? Okay. Ich habe keine Pfeile mehr. Wo kann ich Refill? Da hinten. Nur da hinten. Okay, ich muss zurück. Oh, ich bin dir gut ausgewichen. Ich bin ihm so gut ausgewichen. Habt ihr das gesehen? Okay, und dann muss ich auf meine Tower hoch. Also hier. Und dann Refill. Und das dauert sogar. Uiuiuiuiui. Okay. Aber ich habe Refill. Das heißt, ich kann jetzt wieder in die Schlacht. Und das ohne, dass ich gestorben bin. Ich habe zwar kaum HP. Aber ich kann jetzt meine Zeit noch nutzen, um Schaden anzurichten. Das ist mein Ziel. Ich versuche meinen Maids zu helfen. Und sie zu... Wenig es geht zu behindern, indem ich zum Beispiel sterbe. Weil wenn ich sterbe und respawne, ist das schlecht. Dann... Nein, ich hänge fest. Nein, please. Ich habe keinen Pfeil getroffen. Ich treffe keine Pfeile. Okay. Ich habe 60 Damage auf einen Typen gemacht. Nochmal. Headshot. 54 Damage. Wie viel Leben habt ihr denn noch? Hallo? Nochmal. Ah, jetzt wurde ich von hinten geholt. Ich habe denen so viele Pfeile gedrückt. Aber sie sterben einfach nicht. Okay, ich glaube, Bogenschütz ist wirklich noch ziemlich underpowered. Aber ich verstehe auch, als Kämpfer hast du keine Lust, von einem Pfeil getroffen zu werden und dann zu sterben. Wahrscheinlich ist das die richtige Game-Design-Entscheidung. Aber es ist schon ziemlich deprimierend für einen Bogenschützen. Last Stand. Fürs gegnerische Team... Okay, jetzt müssen wir sie abschlachten. Jetzt müssen wir sie sowas von abschlachten. Zwei Hits gedrückt. Drei Hits. Er ist runtergesprungen. Ich sehe ihn nicht mehr. Vier. Aber mit seinem Schild kann ich ihn gar nicht treffen, ne? Oh, Schildtypen sind echt blöd. Und jetzt habe ich keine Pfeile mehr. Okay, ich gehe Pfeile nachholen. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich Pfeile habe. Ich laufe. Pfeile holen. Pfeile, Pfeile, Pfeile. Please. Please, gib mir Pfeile. Please. Okay. Ich glaube, ich mache meinen Job relativ gut, oder? Ich meine, ich werde wahrscheinlich wieder nicht auf dem Top-Leaderboard sein, weil ich habe so viele Pfeile daneben geworfen. Accuracy wahrscheinlich null. Kann ich das irgendwo nachgucken? Wo bin ich? Ich bin... Ich bin... Ja, was ist das? Ping. Achso, das ist mein Ping. 65. Zwei Kills. Vier Deaths. 15 Assists. Aha. Ich bin doch keine Hilfe fürs Team. Wenn man mehr Tode als Kills hat, dann ist man keine Hilfe. Man muss mehr Kills als Tode machen. Aber wir gewinnen das trotzdem, weil mein Team so gut ist. Wir haben es. Okay. Das wäre es dann. Team Red ist außer Gefecht, Leute. Woo! Jetzt kann ich einmal... Victory! Yeah! 40% Accuracy! Oh Gott! Der hat einfach jeden... Der hat fast jeden zweiten Schuss getroffen. Das muss ich machen. Okay, jetzt ziehe ich aber wieder so eine lila Brustplatte, oder? Nee, so eine. Okay, cool, danke. Oh, jetzt haben mehr Leute für Winter Creek gewählt. Na gut, dann muss ich mir aber die Map noch angucken, wenn jetzt die Leute endlich dafür sind. Oh, die Map ist jetzt eben umgewandelt worden einfach. Okay. Ich sag Auto Assign. Guck mir einmal die neue Brustplatte an mir an. Aber die Brustplatte ist für ihn. Und die ist epic. Epic! Aber die ist auch epic. Okay. Ich gehe wieder auf Defense. Weil mit Defense bin ich am besten dabei bisher gewesen. Und dann sehen wir uns die Map jetzt im Winter an. Und oh, das ist eine viel düsterere Stimmung. Aber die Skybox gefällt mir nicht. Also der Himmel, da könnte echt nicer aussehen. Damit das Game optisch noch ein bisschen mehr hergibt. Aber man sieht halt auch schon... Boah, ja. Das hier willst du eigentlich nicht... Also in dieser Schlacht willst du eigentlich nicht kämpfen. Stell dir vor, du stehst hier und es ist kalt. Habe ihn. Okay, gut. Gut, 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 gut. Wir gehen jetzt zu... Ja, schieß doch euch mit euren Bögen auf mich. Ich mache euch so weg. Ich mache euch so weg. Ich werde ihn so holen. Bam! Wir haben ihn. Oh Gott, wo kommst du denn her? Bitte töte mich nicht. Ich habe dir nichts getan. Nein. Ha! Nicht. Bitte, bitte stirb. Nein, er hat mich getötet. Oh, das war so schlecht von mir. Ah. Daran sieht man, dass ich ein schlechter Kämpfer bin. Aber ich lerne das noch. Ich werde besser. Ich verspreche es euch. Lol. Okay, den haben wir jetzt. Und wir gehen jetzt eh rushen. Oh Gott. Eh wurde gerusht. Oh Gott. Ich hatte gar keine Chance. Ich bin da hingegangen und bin gestorben. Okay. Das Gegner-Rusher-Team ist doch ein bisschen krasser als wir. Was Einnehmen angeht. Wir müssen zusammenhalten, Jungs. Oder sind wir nur zu dritt? Leute, bevor wir da rein rushen. Okay. Ich räche mich. Nein. Oh. Ich habe auf den Kopf bekommen. Schade. Wo bin ich? Ey, ich bin erster in meinem Team. Dass ich erster in meinem Team bin, zeigt, dass wir verloren haben. Oh nein. Oh nein. Wir müssen halt zusammenarbeiten. Aber die Gegner, die arbeiten so gut zusammen. Guckt euch an, was wir... Oh, den hole ich mir. Ja, schieß ruhig auf mich mit Pfeil und Bogen. Ich warte, bis meine Verstärkung da ist. Oder ihr holt eure Verstärkung. Hilfe. Hilfe. Okay. Okay. Das merke ich mir. Das merke ich mir. Oh nein. Nein. Ach. Wo ist meine Verstärkung? Wo ist mein Team? Ach, Leute. Ich glaube, ich habe kein Team mehr, oder? Sind die alle gelieft? Die stehen hier einfach rum. Mein Team macht nichts mehr. Hallo? Oh Gott. Was hat der für eine Waffe? Ich muss... Oh Gott. Die rushen einfach meine... Okay. Die haben unseren Spawn gerusht. Last Stand for Red Team. Das heißt, ich bin tot. Als... Oh. Wir haben so stark verloren gegen die Gegner. Also wir waren eigentlich... Am Anfang waren wir viel besser eigentlich. Wir haben die gut auseinandergenommen, gut zusammengehalten. Und dann auf einmal waren meine ganzen Leute weg. Wir haben immer einzeln gegen einen ganzen Batzen Blauer gekämpft. Jetzt haben... Oh Gott. Die haben so Stangenwaffen. Machen diesen. Ich will auch so Stangenwaffen haben. Na gut. Aber ich würde sagen... Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Bis dann und... Ciao.